So, was habt ihr gesagt, was ich nicht hören konnte? Ich hab einfach nur ihr gesagt, dass wenn die Grafikkarte sich nicht sehr drunter throttelt, dann brauchst du sich keine Sorgen wegen der Wärme zu machen. Bin normal voll meistens. Kriegen wir wieder an der gleichen Stelle ab? Die Weggabelung? Ja. Ja, würde ich sagen, ne. Ab geht es, wir sind in den gleichen Häuser. Alle die gleichen Punkte. Ein bisschen Weg müssen wir aber zurücklegen hier. Ja. Sie. Ich seh euch. Loot. Mein Loot. Mit Loot, Fried, geht's euch in Loot. Moment, was? Mit Loot, Fried, gibt's doch heute Loot. Wir haben jetzt das Glück von Goldig Fester gekriegt, wir können jetzt nur gewinnen, ja. Stimmt, hat er gesagt, wir machen das jetzt, deswegen machen wir das jetzt. Genau. Sind jetzt nicht die gleichen Häuser, wo ich letztes Mal war, aber egal. Also ich komm bei denen runter, wo ich das erste Mal war. Wehe, du nimmst jetzt meine Häuser. Rot ist meins. Ich bin grün. Ich hab mich ein bisschen verfranzt. Oder ich glaube... Ich mich auch. Ich bin auf dem Dach gelandet, geil. Das ist doch nicht H1, Z1. Soll ich was von der Tanke mitbringen? Immer. AKM. Die gibt's hier grad nicht. Westen, Helm, Munition, ne Waffe. Was für Priorität? Und Cola. Helm und Hose. Oh, ihr wollt mich... Oh Leute. Ich hab ne Maske. Sehr gut. Nice. Ich find den geilsten Kram wieder... Warum liegt hier Stroh rum? Hat er nicht gesagt. Ich find den geilsten Kram wieder, aber kein Rucksack. Ich hab Rucksack hier. Bei mir. Stufe 2. Ich hab nicht mal ne Waffe hier bei mir im Haus, Leute. Weißt du, wie weit weg ich grad bin? Nein, das weiß ich nicht, aber ich wollt's trotzdem mal gesagt haben. Gön. Wer schmählich von der Kirche spricht. Ich komme, Muni. Muni. Dein Haus zu einer Heißersiedlung ist mir sehr genehm. Ich komme rüber. Mein Haus. Ich muss auch die Waffe zum Schießen haben. Meine Keime. Hier ist nix mehr. Okay, ich kann dir ne Armbrust anbieten. Das ist okay. Aber ich kick hier erstmal drumrum. Eine Pistole, Energie. Ich hab beide Häuser abgesucht. Guck mal, Hemd. Na, es ist rot, sehr eklig. Immerhin, eine Pistole. Bei mir im Haus ist die Armbrust. Kommen wir zu dir, ich komme mit der Armbrust. Bist du ein fahrbares Auto? Nein. Bist du ein fahrbarer Bagie? Ähm, das war die Frage. Ist gut? Wär's bei euch, also bei welchen Farben seid ihr so? Also da war jetzt keiner bei Rot? Ich bin hier. Ich bin bei Grün. Wo ist meine Treppe? Dann guck ich, dann guck ich mir mal bei Rot noch an. Gut, mach das. Ich werd jetzt auf jeden Fall begehen gehen. Mehr jetzt, dass ich immer in Verderben fahre, kann ja nicht passieren. Wird da runter gehen Richtung Janas, 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 Janas. Nice, hier war noch keiner. So, mein Plan ist das hier. Mein Plan ist... Blau. Schrotflinte. Genau Goldi. Genau. Und noch mehr Schrotflinte. Er redet grad mit seinen ganzen Cis, so yeah. Ah, ist das normal, dass die so miteinander reden? Ja, das ist sonst okay. Das ist ihre Sprache. Ich hab jetzt zwei Schrotflinten dabei. Ich dachte, man kann nur eine aufnehmen. Nein, man kann zwei aufnehmen. Du hast ja zwei große Slots. Du hast ja zwei große Slots. Hm? Oh mein Gott. One for it, Luigi. Wer schmählich von der Kiel hier spricht. Da hinten ist die Kirsch. Oh, ich hab ne Kaki-Jacke. Ne, ich würd sagen, du ist Kaki. Leute, ich hänge grad mal so ein bisschen fest, ne? Why? Äh, schaut einfach mal auf die Karte. Lauf halt einfach durch. Du wirst eh nicht getroffen. Ich hänge im... Ich häng grad im Dingens. Na toll, Uchi. Jetzt hast du ihn verflucht. Pumpenalarm. Ja, bei Mase. Aber die Kiste ist bei uns nicht weit weg. Doch, sie ist weit weg. Ich hab nichts zu sagen. Haha. Auf das Lachen, du Sack. Mit... Mit dem Auto wär sie nicht weit weg. Aber so... Vielleicht. Alter. Shotgun-Palooza bei mir. Mase, bleib mal da. Du bist relativ gut zentral gewesen. Wir kommen dann zu dir. Und wir bringen dir was Schönes mit. Okay. Ich weiß. Sollen wir dir was von der Tanke mitbringen? Haha. Da war ich schon. Ah. Ich brauch einen größeren Rucksack. Ich brauch überhaupt einen... Das ist der sinnloseste Balkon aller Zeiten. Der hier auch. Das ist okay. Das ist auch okay. Nennt man sowas nicht Tritt? Trittleiter? Kann gut sein. Nein, nein, nein. Es gibt diese französischen Balkons namens Tritt. Wo man halt wirklich nur einen Schritt drauf treten kann. Genau. Wo du Fuß drauf stellen kannst im Endeffekt. Oh, fancy. Das ist wieder typisch französisch. Das hatte meine Oma. Ich hatte das auch mal. Die hat dann da immer so kleine Pflanzen, so Tomatenpflanzen und sowas drauf gestellt. Oh. Wie süß. Aber das ist wieder so... Ja. Äh. Hier oben ist ein Zielvisier bei mir. I'm good. Ich hab ein Ruppenvisier. Mein Leben ist in Ordnung. Alter. Ohne Mist. Ich bin hier wirklich im Shotgun-Heaven. Ja. Äh. Ich brauch ein Ruppenvisier. Kannst du nicht mitnehmen. Das ist mein Problem. Ich hab einen viermal Sucher. Geiße. Dann bin ich gleich da. Moment. Ich komm zu euch hoch. Ich fahr gleich zu euch. Ich muss den Buggy nur wiederfinden. Falls ich jetzt nicht in die Luft gesprengt werde. Halt jemand. Halt jemand. Halt jemand. Halt du einen größeren Rucksack findest. Sag mir Bescheid. Respekt an die Leute, die den verstanden haben. Was? Nochmal. Gerade mit in die Luft gesprengt hab ich gesagt. Augenblick in die Luft gesprengt. Ich sag das wäre ein Autounfall. Ah. Ok. Muschi. Wenn du einen größeren Rucksack findest. Sag mir Bescheid. Eins. Hast du einen kleinen Rucksack? Alex. Wo bist du? Da hinten. Ich fahr dir entgegen. Moment. Ich fahr dir zu rot entgegen. Gut. Was ist? Bei rot war ich übrigens schon drin ne? Jaja das ist mir egal. Ich hab nur einen Punkt damit ich dir entgegenfahren kann. Achso. Gut. Kann nicht tauschen. Gib mir einen Rucksack. Mabugi. Mabugi sniggle sniggle. Too sweet. Kann mein Rucksack nicht ablegen. Hat wer 5,56er Moni für mich? Nein. Ich hab nur einen Punkt 4 und 45 ACP für meine Pistole. Kannst du dein Rucksack ablegen Moni? Nein. Wenn du einen größeren hast. Das ist egal. Der böse ist dann auch. Der böse ist 9mm den ich nicht brauche. Und das was es nicht kaputt kriegt ist eine Mülltüte. Du müsstest nur ins andere Haus gehen und da mal nachschauen. Ja ich kann mitlaufen. Ich glaub sie gerade gegen Fady. Vorsicht. Also nicht bei mir. Ich seh deine Markierung. Mein sind groß doppelhausige Haus. Ja. Weil da sind so Sachen wie Visiere und Handgriffe. Ja ich pack alles ein was ich einpacken kann. Party Party. Disco Disco. Party Party. So. Wir kommen euch gleich entgegen. Bist du drin? Jo. Kann ich zu euch kommen? Äh ich weiß nicht. Was ist denn logistisch besser? Wenn ihr für uns kommt ja. Ich wollte das Rotpunkt Visier haben. Hä? Ich wollte das Rotpunkt Visier haben. Ich hab einen Vierfachsucher. Ist das auch gut? Äh das ist zu groß. Okay. Dann kannst du zu mir kommen. Kannst mal einen Rotpunkt Visier haben. Also sollen wir zu euch oder? Äh ja. Warum nicht? Habt ihr ein Auto? Nein. Ja mein Buggy. Ah wir auch. Haben wir das? Das wusste noch gar nicht. Ja ich hab. Hab ich grad gefunden. Hab ich grad gefunden. Ich hab auf dem Dach gesehen. Da ist ein Buggy. Ich dachte mir. Ich hol den Buggy. Finden wir gut. Okay. Jetzt haben wir einen Buggy. Hä? Woran bin ich? Was war das? Ein Pixel hat uns aufgehalten. LOL. Ihr seid der Pixel. Der böse Sandpixel. Das eine Sandkorn an dem wir nicht vorbei gekommen sind. Okay. Lass mich kurz was checken. Hat irgendwer von euch eine AR-MR-MPSR? Was hat er da auf uns geschossen? Was hast du? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas hat auf uns geschossen Leute. Alarmbereitschaft? Ich komm zu euch hoch. Ich komm zu euch hoch. Hat dich was getroffen? Nein. Masseh hat dich das getroffen? Nein. Da. Mal sehen. Was? Da. Oh Gott. Wir müssen rein. Hast du uns angeschossen oder was? Da. Da. Ich sag mal nein. Du hast ernsthaft auf uns geschossen, du Idiot? Also es hat uns zum Glück nicht getroffen. Aber sag das doch beim nächsten Mal. Ich bin hier auf Alarmbereitschaft, du Idiot. Okay. Ich frag noch mal. Hat jemand eine MPSR oder AR? Äh nein. Nein. Alter. S12K? Das kommt davon. Will jemand einen Vierfachsucher oder ein erweitertes Wechselmagazin für MP? Äh. Gib mir mal den Vierfachsucher. Ja. Nehmt. Falls du den nicht brauchst. Nö. Hab ja nur zwei Shotguns. Hast du den Mutter nicht erst gemacht? Ich bin unverwundbar. Unverwundbar. Ich wüsst nicht wie. Hast du den Mutter nicht erst gemacht? Wenn jemand noch irgendwie ein Magazin für AKM hat, nehm ich es gern. Nö. Nö. Leider nicht. Aber dann kann ich den Shotguns in die Haus schmaßen. Where can I find the crowbar? I can really use the drink now. Äh. Achso. Äh. Ich hab hier mal hingeschmissen. Etwas. Wer braucht. 45 ACP. Danke. Die kann ich tatsächlich auch ein bisschen loswerden oder? Brauch ich die? Äh. Das ist halt für meine Pistole. Ich hab jetzt mehr als genug Schuss dafür. Achso. Ich hab nämlich schon 19 da. Ich hab noch 19 dafür. Wollen wir jetzt weiter? Ja. Hat er 9mm für mich? Ja. Komm her. Äh. Wo steckst? Und da. Wie teile ich den Scheiß? Äh. Ich glaube SDRG gedrückt halten und links klick. Hm. Nein. Aber rechts klick war es. Danke. Ja. Okay. Das war nicht mein Buggy. Das ist mein Buggy. Meiner ist schon ein bisschen leerer gefahren. Natürlich. Danke dir. Bitte bitte. Ich hab jetzt Hälfte Hälfte gemacht. Frage ist. Wo wollen wir hin Leute? Frage. Muni. Mach keine Scheiße. Ich mach keine Scheiße. Nein. Du machst nur Scheiße. Also. Nach Rostock will ich jetzt eigentlich nicht rein. Um ehrlich zu sein. Äh. Irgendwie dazwischen weg. Ähm. Ich wäre pro hier. Pro wer? Das ist weit. Das ist richtig. Ach das blaue? Ähm. Ich würde sagen wir würden so da lang irgendwie im Kreis fahren. Wo lang? Welch? Ach das gelbe da oben. Ja. Wäre ich nicht für den bewegte Zirkel von weg. Aber okay wir können es gerne machen. Wir wollen da oben lang. Da oben hin. Können wir uns ja darauf einigen oder? Können wir uns ja darauf einigen oder? Über die Brücke und dann da so hin. Über rot zu blau. Okay. Du bist mutig. Okay. Äh sitzt jemand bei mir? Okay. Ja. Mal gucken wie lange unser Buggy überhaupt noch aushält. Ich habe nur noch Hälfte an Benzin. Sollte reichen. Ganz gut. Wenn wir nicht über Stock und Stein träumen. Oder wieder an einem Pixel hängen bleiben. Ja. Der böse Pixel einfach nur. Der böse, böse Pixel. Bisschen außer Rand und Band hier. Warum kann man mit dem Auto nicht fahren? Ja. Scheiße ne? Ja cool ne? Mit so einem coolen Bus. Aber das dürfte dann bei den Acht-Spieler-Matches dann auch sein. Äh hier wäre ein Auto für vier Leute. Ja wir steigen ein. Dann haben wir das. Wie gesagt meint es sowieso. Das ist ein Massacharty. Das ist ein Massacharty. Das ist ein Massacharty. Ja das ist Muni. Alles gut. Hört ihr bitte auf zum Ballern. Nein. Hab das Auto kaputt gemacht. Dann sag mir das doch wenigstens. Ich hab einen Schalldämpfer. Wunscher ne? Ich will nicht fahren. So. Melli fährt. Ab geht's. Äh ich fahr... Oh shit. Äh wo wollten wir's? Über rot zu blau ne? Ja. Auf die Straße lang. Alles klar. Ich seh dich. Jetzt. Genau. Einmal rein. Hi. Sa. Da bist du. Hi. Danke wer guckt so in meinen Kopf rein. Aber das ist okay. Ja aber so ein bisschen. Moment ich wechsel mal auf Pistole. Bye. Lalalalalalalalalalalalala. Da 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 da. Na tankstelle? Okay. Schauen wir doch mal. Schon wieder? Hey Marcel. Wir haben die Tankstelle zu dir gebracht. Cool. Du kannst den Typen aus der Tankstelle holen. Aber die Tankstelle nicht aus den Typen. Oh hat er nicht gesagt. Geil Rucksack gefunden. Wir suchen jetzt Oli. Nichts. Wir suchen jetzt Oli. Bei der Tankstelle. Ja natürlich. Ich wette das ist auch genau die Tankstelle. Also so vom von der Qualität her so. Ja bestimmt. Wollen wir jetzt hin? Ich mag die LeFloid Tankstelle. Ich hab da schon was markiert ne. Welches? Wer fährt gerade? Nein. Ich check aus. Oh nein. Der Typ mit der Gasmaske fährt. Abbruch. Abbruch. Wohin? Äh. Weste. Was für ne Weste? Weigern nur Stufe 1. Hab sonst nehm ich keine. Den nehm ich dann. Wollen wir jetzt weiter oder? Ja chill mal bin gleich da. Ah. Weil hier rumstehen ist schlecht. Ja let's go. Ok. Ich komm mal. Schau mal wer da ankommt. Ne ich schieß auf dich wenn du falsch fährst. Also auf der Straße zu fahren wird jetzt nicht schwer sein. Äh. Wenn du an einem Pixel hängen bleibst dann ist die nächste Kugel für dich bestimmt ne. Pixel hin. Pixel her. Pixel hin. Ich bin der Pixel Schieber also. Oh mein Gott ihr habt Scourgey ans Auto gelassen? Seine Tür sind offen. Die Tür sind offen. Die Tür sind offen. Alarmbereitschaft. Ich weiß gar nicht. 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 Ich weiß gar nicht wo wir jetzt. Wo ich uns hier. Wir werden wohl in Fachkreisen auch als Pixel Schubser bezeichnet. Ist ok. Verstehe ich. Leer. Hier ist ein Rucksack noch. Stufe 1. Ah. Stufe 2. Hatte ich schon einen Stufe 2? Nein. Ja. Also hier ist noch eine Stufe 2 ja. Hier ist Benzin. Das ist gut. Nehmen. Immer mitnehmen. Ich sehe jetzt aus wie Jason. Cool. Mir mal das Benzin entgegen. Muss ich das nicht eh immer? Ok. Hier. Unterhemd Holzkohle. What the fuck. Geiler. Holzkohle. Kohle. 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 Ich hab euch so lieb. Kohle kostenlos. Ja was ist da bloß? Nur ein Creeper. Ja. Ein Creeper. Ein Creeper. Ein Creeper. Ein Creeper. Ein Creeper kam herbei. Du Creeper. Creeper Mann. Du Creeper Mann. Ach du Creeper Mann. Den ich nicht leiden kann. Das ja. Okay. Gott die Person mit der Maske. Lass uns da befassen. Lass uns da befassen. Bei blau? Ja. Blau. Blau. Haben wir alle drinne? Mal sehen. Direkt Nord. Direkt voraus. Auto. Direkt voraus. Auto? Jetzt links. Jetzt links von uns. Auto. Da kann ich nicht hinschießen. Da ist so ein Typ mit Gasmaske. Ich kann nicht sehen. Eh nur eine Shotgun. Ne ich kann mich so nehmen. Ich kann nicht schießen. Das stimmt. Ich seh kein Auto. Ich auch nicht. Bin blind. Ja jetzt nicht mehr. Okay. Alles klar. Bin nicht mehr blind. Ich hab die Augen auch gemacht. Ich seh was. Mach mal Tür auf. Lass die Luft rein. Und wenn ihr macht boom. Bitch get out the way. Bitch get out the way. Bitch get out the way. Ding dong. Halt Tür auf Wach in Luft reinlassen. Bist du bescheuert? Oh Gott. Was war das? Ich hab mich einfach erschreckt. Weil da einer von euch stand schon. Hier ist die Pfanne ausgerutscht. Wir werden beschossen. Sit, sit, sit. Au, au, au. Ne das ist Masseh. Ja der ist mir egal. Von wo? Masseh ist ausgenockt. Ja setzt dich auf die Couch. Ja der was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Von wo kamen die Schüsseleute? Das weiß ich nicht mehr. Sehr wahrscheinlich. Irgendwie von Osten. berg ist die treppe die werden sie mich nie erwarten ich habe absolut nichts für mich zu heilen und energy warte ich gebe dir mal das hier das sollte helfen danke dir ok für die ich halt für du als garage alles klar wir sind noch im gebiet gute stelle doch wo hat er dich angeschossen weiß es nicht mehr erstaunlich jemand unten ja ich bin unten ich auch unten draußen aber ich habe gelegt da drüben ist ein motorrad mach den reifen kaputt wenn du es hin kriegst darf ich nichts mit weg leider schade er auf mich hat keiner geschossen er muss müsste auf dem berg gewesen sein ich habe da keinen erzielt man suche alles gut rufen sausen unbedingt naja dass die schüsse waren eindeutig ja natürlich die waren wirklich laut als wäre er in der nähe gewesen da oben die beste position wo er aus hätte schießen können da unten steht noch ein auto das zählen nicht unseres ne bist du da gerade bei dem auto nein es ist zu weit weg also hätte es unter sein können zur not einfach reifen kaputt schießen ähm raus aus dem haus abandon the car and go by a fucking foot alter bist du weit weg ja sei vorsichtig ushi ja was hast du da weit entfernt was ich hier mache ist wenn ich meine freunde anschießt ja aber nicht so weit weg bitte was macht ihr im haus wenn es eine gruppe ist kommen sie und killen euch kommt raus ach quatsch die sache ist wo wollen wir hin okay lass mich hier ich lege mich ganz kurz hier hinten werde jetzt erläutern muni aus wie viel mal in häusern campen wurden wir wie viel mal getötet alle wenige ich würde sagen wir könnten uns so richtig im rot begeben oder ja finde ich gut aber da werden eine scheiß tonne an bitches sein möglich aber das ist ja noch nicht direkt die stadt aber es ist näher an der stadt dran das stimmt hoch schüsse aus südosten ich weiß ja nicht was ihr macht aber ich gehe da jetzt hin ziemlich genau südosten um ehrlich zu sein ich weiß schon dass du falsch läufst ushi ja ja ich weiß komm mit geht ihr jetzt richtung ushi oder wollt ihr südosten ich lauf zu ushi erstmal ich kleb mich mal an deinen arsch an meinen richtung rot gehen hier oben ist alles safe alles klar richtung rot ist da längst okay alles klar dann gehen wir alle richtung haben wir das auto pack das auto macht viel zu viel lärm okay ich weiß gar nicht wo ich das auto geparkt habe da unten ich sehe jetzt zwei autos und es fällt mir sehr ist da ein motorrad ja aber das ist kaputt ach so okay ach wollte er jetzt doch zu uns ich würde das auto jetzt nehmen können wir gehen nur quasi luftlinie in die gleiche richtung damit hätten drei fahren können hätten hätte hätte fahrerkette schüsste aus westen glaube ich links ist ein auto auf der straße sag ich doch auto mein taktischer plan ist mein baum und schatten mein taktischer plan ist laufen mein taktischer plan ist den roten wir müssen in die stadt dahin ich hab den roten marker mal ein bisschen umgesetzt aber vermutlich werden hier in den häusern welche sitzen ich sag's jetzt schon dann hätten die uns jetzt schon längst angeschossen ah wer weiß was würden sie nicht tun denn sie riskieren nicht ihr eigenes leben für so ne scheiße die türen sind wirklich auf die oberen beiden häuser sind clear garage ist clear beziehungsweise nicht ganz denn ich hab es gerade einem auto entledigt ich sollte mich aber nicht auf den beifahrersitz setzen wenn ich der einzige hier drin bin na vielleicht warum setzt ihr sich automatisch auf den beifahrersitz das ist doch dumm du musst gucken in welche richtung du aus rein willst auto ja das ist meins oder ist hier noch ein auto gewesen nö wenn es deins war dann ist es okay braucht jemand und ah feli brauchst du nen vektor ich hab halt nur shotguns also vielleicht ja dann komm mal in mein haus alles klar ich hab ein geschenk es ist vielleicht eine vektor ich weiß nicht wie ich darauf komme das missfällt mir so unglaublich wenn sie dir auch was anderes geben was brauchst du denn was braucht man dafür für munition mal sehen guck dir das mal an ich hab genug munition dafür niemand da alle türen offen aber keiner schießt oh gott ja da ist mehr als genug das stimmt ja komm hier bloß wieder rein oder so ja da ist noch was auf dem boden feld da da nimm's krass ähm es sollte reichen oder wir haben ne scheißposition danke oh ja oh ja oh ja so äh Auto und ab dafür das sollten wir auch tun Auto und ab dafür ich hab nen schuss gehört irgendwo aus dem westen ja ich weiß gar nicht wo ich mich das Auto jetzt gerade hingeworfen hab ha 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 oh runter 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 gegenüber vom Wasser du hast jetzt echt das Auto verloren zwei Leute ich hab's nicht verloren ich weiß noch nicht wo ich's geparkt hab ja sieht durch fuck ach shit hinter uns auch ich bin tot hinter uns auch ja alter wie weit ich geh Richtung rot tot ich weiß nicht Richtung Wasser nicht Richtung Wasser ich weiß warum ihr angeschossen wurdet ihr wart in der Nähe der Kiste nichts nah genug dran nicht nah genug dran es ist nicht da hinten wo es links steht da wo es rot leuchtet wird angeschossen da auf der Seite auf der Seite die Leute kamen aus drei verschiedene Richtung haltet alter scheiße ja hinter mir ähm äh südost wurde getötet aus südost alter von überall mal alles tot die lang neunter Platz nicht schlecht neunter ja immerhin alles klar gut tagesziel erreicht besser als zehnter ja na eben beim nächsten mal dann siebter ja 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 Vielen Dank.